Hi Leute, Willkommen bei Reichmann. Ich habe eine kurze Info für euch und das war unser Young Fashion Etage ist jetzt umgezogen von EGens Ugel. Die Fläche ist mega cool geworden. Wir haben sehr viele neue Styles auf da. Wir haben auch ein neues Label. Das heißt Jason, das ist Just for the Boys. Und klar, für unsere Sweet Ladies haben wir ein neues Label, das nennt sich Edited. Kommt ruhig vorbei, schaut es euch an, genießt die Atmosphäre. Unser Sound ist auf jeden Fall definitiv Young Fashion Lastik und auf jeden Fall passend auch. Und am 17.9., das ist der Samstag, ist DJ Lucky in the House. Also kommt vorbei, rockt mit uns und genießt einfach den Tag mit uns. Peace, wir sehen. Ciao.